Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine Ewigkeit ist ja, heute spielen wir Sinner. Boah, Alter. Der erste Herzinfarkt. Ja, es macht hier komische Geräusche, ziemlich. Mal starten mal das Spiel, mal gucken, was das so bringt. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Na, okay, jetzt geht's los. Okay, wir sind hier... Alter. Guck, wieso leckt das denn so? Alter, die Sounds. Ganz komisches Spiel vom... Design her und so. Looks like it can't be open. Ah, wir können auch sneaken. Okay, cool. Ah, wir können jetzt hier weitergehen. Super. Ah, okay, dass einer irgendwie am... Rumhacken. Jede Ahnung, Digga. Batterie. Wir nehmen mal eine Batterie mit. Das ist ja nicht schlecht. Woher kommt die? Eigentlich ist es so, wie du siehst. Du wirst da sein. Also ich gehe davon aus, dass man nicht dort sein sollte, aber... Also ich gehe mal weiter. Oh Gott, Alter, was ist denn das? Ich muss mich daran gewöhnen. Die Kamera ist jetzt nur für mich hier drüben, nicht mehr dort. Deswegen könnte es sein, dass ich am Anfang nochmal kurz so schau und dann erst so. Aber irritiert euch, oder lasst euch davon nicht irritieren, ne? Und hier brummt es wieder irgendwie Oh Gott, Alter Wieso will ich überhaupt da rein? Jetzt habe ich schon wieder rüber geguckt Wieso will ich da überhaupt rein? Ist das nicht todestupid? Junge, es ist halt auch alles gelockt Was soll das? Man sieht halt auch absolut nichts einfach, ne? Ist schon schlimm Ah, hier unten ist irgendwie Okay, es ist nie Alter Teppich ist etwas buggy Schönes Bild auch Auf jeden Fall Da ist eine Note The Father is not a man That he should lie Or a son Nor Was heißt Nor Looks like a good place to hide Ah, wir können dann hier runter Okay Oh nein Ist dieser Liger jetzt immer hier unten? Äh, ich würde mir eine falsche Seite Das wäre nicht so cool Glaube ich Oh, ein Medpack Das ist sicher Achso, Hellfull Okay Ich bin hier irgendwie so ein bisschen stuck, ne? Achso, da ist eine Stange Irgendwo hier war doch Da ist noch eine Tür Okay Ich brauche einen Wirecutter Für das irgendwie zu benutzen Okay Das ist ein Merklaut Maybe Achso, wegen dem Ding Okay Ich brauche jetzt irgendwo Alter, ihr müsst jetzt hier finden Der geht jetzt hier weit nach hinten Oh Gott Da war der doch vorhin Ich habe so Angst Ich habe so Angst, dass der plötzlich von irgendwo kommt Und mir so einen Weilingkopf rammt Guck mal Wirecutter Was zur Hölle ist das hier? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zurück Wir haben jetzt den Wirecutter Da können wir jetzt erstmal da hinten das Zeugs aufschneiden Ich habe doch vorhin Wirecutter Achso Wirecutter Use Oh Alter Okay, es hat irgendwie geklappt Lol Eine Wrench Okay, das ist bestimmt auch immer mal Wichtig Ja, lol War das alles hier drin? Kann ich hier noch sneaken? Hier hinten waren wir noch nicht Oh, hier habe ich hier irgendwas aufgenommen Ah Oh Gott, Alter Was ist jetzt auf oder zu gegangen? Ich habe es überhaupt nicht gerallt Power is off The Wire goes to another room Okay Achso, ich muss jetzt hier den Kabel folgen Ist denn auch wieder alles gelockt hier? Ja, scheiße Aber die Wires habe ich ja vorhin durchgecutt Das ist jetzt etwas sch... Alter, was ist denn hier für ein ekelhaftes Piepen? Ah, hier kann ich auch noch die Tür an Hier ist auch gelockt Wieso ist denn alles gelockt hier? Also das Ding ist, der muss ja irgendwie mal kommen Ich habe schon wieder rüber geschaut Er muss ja irgendwie mal kommen Weil sonst würde er nicht überall stehen Ja, das ist schon ein guter... guter Platz, um sich zu verstecken oder so Ne? Deswegen... LOL Ich weiß nicht Wie gut, dass man es hört Aber ich glaube, ich höre Fußschritte Ich habe so Angst Das ist wirklich ein Jumpscare Dass dieser Dude irgendwie um... Ums Eck kommt Und ich ralle nichts Oh Ah Hier habe ich die Musik ausgemacht Vielleicht das... Äh... Vielleicht muss ich Das machen Weil das war irgendwie ein Trigger für den Dude Und der kommt jetzt dann Wieder falsch in die Kamera geschaut LOL Wir haben Nachtsicht Also das Ding ist, ich sehe halt nicht, dass die Batterieanzeige oder so runter geht Deswegen kann man einfach mit Night Vision spielen, ne? Vielleicht entdecken wir ja mit der Night Vision irgendwie irgendwas Was wir vorhin nicht gesehen haben LOL Ich habe eine Idee Warte, können wir hier vielleicht irgendwie was mit unserem Tank machen? Wir haben ja einen Ne, ich glaube nicht Vielleicht können wir mit der Wrench, ähm... In den Gängen da In den Lüftungsschichten, wo wir am Anfang waren So die Dings wegmachen Die Schrauben Ich habe keinen Power mehr Achso, das wäre einfach die Night Vision scheinbar So kam denn für das extra so ein Fenster Das hat mir gerade mega Angst gemacht Da oben können wir scheinbar auch nicht mehr raus Ah, der Boss ist jetzt hier am Start So Wo sind wir denn hier, schön ist, ne? Wir haben wirklich nicht so viel Batterie verbraucht, ne? Das ist so ein bisschen... Komme ich da wieder hoch? Scheiße Ja, okay, jetzt sind wir halt hier drin Scheinbar, wir können da nicht mehr raus, ne? Da vorne Looks like a good place to hide, ja? Wieso wird mir das überall gefühlt gesagt? Das macht mich einfach irgendwie nur noch mehr verrückt Sollte ich abhauen jetzt? Ist das ein Zeichen, dass der jetzt irgendwie kommt oder so? Ich weiß es nicht, Alter Ah, I need fuel Wer war denn mal? Alter, das ist vom Spiel einfach so Das ist ja scheiße Oh mein Gott, Alter Kommt der jetzt? Oh ne, das könnte jetzt ganz schlimmes Timing werden Mit der Batterie Dann mal weg hier Geht sie nochmal durch So, jetzt hat es das hier irgendwie aufgesaugt Keine Ahnung Hallo Wow Looks like a good place to hide überall Jetzt habe ich aber Steps gehört Bitte komm einfach nicht hier rein Ey, ich habe mich gar keinen Bock gerade mich zu bewegen, ne? Ja, aber der wird doch jetzt nicht hier draußen chillen, oder? Oh mein Gott, Alter Was ist denn mit ihm los? Oh mein Gott, Alter Hallo, wir können auch rennen Oh Not hin Er sieht mich nicht Er sieht mich wirklich nicht Ah, es ist laut Also kurz Die Musik geht nicht mal weg, Alter Na, ich kann nicht kurz alles schon ausschalten Kurze Lagenbesprechung Wir haben jetzt ein Problem Ich sitze in der Kiste Der Dude will nicht weg Und wenn ich rausgehe, werde ich zerschnitten mit seiner Säge da Was mache ich jetzt? Oh, jetzt zieht er mich durch? Oh Ja Obisley Er ist nicht da, aber die Tür ist offen Das Ding ist halt auch Ich weiß halt auch nicht, wo der chillt, ne? Ich weiß, ich bin auch nicht mal wohl, was das Ziel vom Spiel ist, so Schön, dass wir aber noch eine Batterie finden, immerhin Ich weiß halt auch nicht, bei wie vielen Geräuschen der ge- Ich weiß auch nicht, wie viel Lärm das ich machen darf, bis der getriggert wird, you know? Aber existiert gefühlt jetzt auch gar nicht mehr Also ich meine, ich war jetzt mega laut Ich habe Äh Null Steps gehört Schülle auf dem Tisch ist auch irgendwie immer cursed, ne? Ich weiß nicht, wie viel zu spielen Auch Kreuze, die an der Wand hängen, die können schnell nicht mehr richtig rumhängen Weil, was für ein Irrenhaus, Alter, ich check gar nichts Wie ist das? Oh Gott, ey Mach jetzt nicht den hier Vielleicht war aber dieses Bildschirmverzerrn-Ding Alter, heftig Also guck mal wie groß das der ist, hallo, na, aber dann zieh ich durch, oh fuck, what is that, hallo, ja das fragst du dich jetzt, ne, kann ich ihm die abziehen, ne, hallo, ist der dumm? Untertitelung des ZDF, 2020